2021 wird für die Planungsbranche zu einem wegweisenden Jahr. Das neue Beschaffungsrecht tritt in Kraft. Der Staat will neu seine Mittel nachhaltig einsetzen und somit den Werkplatz Schweiz stärken. Die Verlässlichkeit des Preises ist neu ein Zuschlagskriterium. Doch wie wird diese umgesetzt? KBOB und Bau in Schweiz haben in enger Zusammenarbeit für den Leitfaden der KBOB ein Berechnungsmodell für die Verlässlichkeit des Preises erarbeitet. Dieses Modell muss sich nun in der Praxis bewähren. Es soll in Pilotprojekten der Bundesbeschaffungsstellen getestet werden. Ist diese Testphase erfolgreich, wird sich das Modell definitiv etablieren. Gibt es zu viele Beschwerden, wird sich dieses Modell nicht durchsetzen. Nutzen wir diese Testphase, um den Gesetzgeber von der Praxistauglichkeit dieses Berechnungsmodells zu überzeugen. Und lasst uns auf den Vorteil bauen, den dieses in Zukunft bringen wird. Zeit und Energie für innovative Projekte und gleichlange Spiesse für inländische und ausländische Anbieter. Übrigens, das Kriterium Verlässlichkeit des Preises können Kantone trotzdem anwenden, auch wenn die BIFÖB das Kriterium nicht explizit erwähnt. Mehr Infos für mehr Harmonie im Beschaffungsrecht finden Sie unter www.aföb.ch untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.aföb.ch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.aföb.ch Vielen Dank.